Bella Hadid feiert ein atemberaubendes Comeback auf der Victoria's Secret Fashion Show. Nach ihrer zweijährigen Modelpause kehrt sie erneut auf den Laufsteg zurück. Gemeinsam mit ihrer Schwester Gigi Hadid präsentiert sie verführerische Dessous. Auf Instagram teilt Bella Backstage-Fotos und Videos mit ihren knapp 62 Millionen Followern. In einem roten Spitzen-BH und passenden Höschen zeigt sie sich von ihrer verführerischen Seite. Ihrer Bildunterschrift fügt sie lediglich ein weißes Herz-Emoji mit Flügeln hinzu. Nach der Show teilt sie ihre Gefühle mit den Fans. Gestern Abend für Victoria's Secret die Show zu schließen. Ich hätte nie in einer Million Jahren gedacht, dass das möglich wäre, schreibt sie auf Instagram. Ich bin so stolz, neben so unglaublichen Menschen zu laufen, die so viele schöne und facettenreiche Versionen von uns allen repräsentieren. Sie bedankt sich bei ihrem Styling-Team und zeigt sich dankbar für die Unterstützung. Die Fans reagieren begeistert und freuen sich über Bellas Rückkehr. Die Rückkehr zu Victoria's Secret ist Bellas zweiter Laufsteg-Auftritt nach ihrer Pause. Zuvor hatte sie bereits auf der Paris Fashion Week ihr Comeback gefeiert. In einem Interview mit Allure im April dieses Jahres spricht sie offen über ihre Gründe für die Pause. Nach zehn Jahren Modeln habe ich erkannt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas investiere, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt, erklärt sie. Jetzt konzentriert sie sich auf Projekte, die ihr wirklich am Herzen liegen.